Ich habe wirklich schon einiges erlebt. Die Fans waren unglaublich, was sie davor geleistet haben. Das war einfach Gänsehaut pur. Das war ein Gefühl. Das kann man gar nicht beschreiben. Das war einfach super schön. Dieser schöne Spruch eigentlich. Ihr für uns, wir für euch. Und ich glaube, der passt ganz gut. Das war einfach Gänsehaut. Das war einfach Gäste.